Das sind meine Freunde, die Schriftsteller Kafka, Welch und Baum. Der Pragerkreis ist da. Auf mit diesem blöden Pragerkreis. Der Pragerkreis, noch einmal vollständig versammelt. Bitte auf den... Der Pragerkreis. Was haben wir? Hat uns schon wieder Pragerkreis gemacht? Nein, die Nachwelt nannte sie eigentlich nicht den Pragerkreis. Wissen Sie, wer sie so nannte? Als einziger jemals, und zwar in seinem Buch, der Pragerkreis? Ich war das. Nun, der Pragerkreis, das waren wir. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem?